Das Telefon klingelt. Ich gehe ran. Die alte Müllerin liegt im Sterben, ob ich vorbeikommen kann. Ich sage zu, lasse alles andere liegen, steige ins Auto und fahre los. Die Tochter erwartet mich. Ich erinnere mich dunkel. Hier war ich schon ein, zwei Mal zum Geburtstagsbesuch. Die alte Müllerin sitzt in ihrem grünen Lehnsessel. Über ihr hängt Jesus am Kreuz. Sie sieht so aus, wie ich sie in Erinnerung habe. Nur ihr Atem geht schwer. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich glaube, bei mir geht's zu Ende, sagt sie. Sie zeigt auf eine braune Mappe, die auf der Anrichte liegt. Da steht alles drin, ich habe schon alles geregelt. Lieder für die Beerdigung, meinen Lebenslauf. Ich setze mich ein wenig zu ihr. Ob sie noch einmal Abendmahl feiern möchte? Sie würde gerne. Wir reden ein wenig, bis ich merke, dass sie müde wird. Ich sage ihr, dass ich morgen wiederkomme. Am nächsten Tag feiern wir gemeinsam mit ihren Kindern Abendmahl. Immer wieder kommen der alten Müllerin bei den Liedern und Gebeten die Tränen. So viele Male hat sie in Gottesdiensten gesessen, mitgesungen und mitgebetet. Aber heute weiß sie, das wird das letzte Mal sein, dass sie die vertrauten Melodien hört und mit anderen Brot und Wein teilt. Bevor ich gehe, sagt sie zu mir, danke, das war sehr schön. In der nächsten Woche schaue ich immer wieder, wenn ich in der Nähe bin, bei ihr vorbei. Nur kurz, sie hat nicht mehr viel Kraft. Einmal bringe ich ihr einen kleinen Strauß Blumen aus dem Garten, einmal eine Kerze mit. Das Telefon klingelt. Die alte Müllerin ist gestorben. Ob ich sie aussegnen könnte? Die alte Müllerin sitzt in ihrem Sessel, die Hände gefaltet, dem Kopf geneigt, die Augen geschlossen. Und auf dem Tisch steht der Blumenstrauß, den ich ihr mitgebracht hatte. Und meine Kerze brennt. Über ihr hängt Jesus am Kreuz. Er sieht zu uns runter, auf mich, auf die Tochter, auf die alte Müllerin, auf die, die da unterwegs sind. So wie damals, auf dem Weg nach Golgatha. Simon von Kyrene ist gerade auf dem Heimweg von der Feldarbeit. Er möchte zu Hause noch ein Bad nehmen und dann zum Fest nach Jerusalem. Da sieht er eine größere Schar Menschen auf dem Weg. Soldaten in römische Rüstung, ein paar Frauen, ein paar Schaulustige, sogar einige Ratsmitglieder. Und ein junger Mann in einem hellen Gewand. Der blutet aus vielen Wunden. Auf dem Kopf hat er einen Kranz aus Dornen. Auf der Schulter trägt er mühsam den schweren Querbalken seines Kreuzes. Er taumelt, wird gestoßen, geht mühsam einen Schritt weiter. Simon von Kyrene denkt sich, warum hilft dem armen Kerl denn keiner? Jeder sieht doch, dass er am Ende ist. In dem Moment spricht ihn einer der Soldaten an. Du, komm her. Du trägst den Balken das letzte Stück. Sonst kommen wir gar nicht mehr voran. Ich? Fragt Simon entsetzt. Wenn er jetzt einem Verbrecher das Kreuz nach Golgatha rauftragen würde, könnte er das Fest vergessen. Aber dann sieht er dem Mann in die Augen. Und er sieht keinen Verbrecher. Er sieht einfach nur einen Menschen, der Hilfe braucht. Simon geht zu ihm, ganz nah hin. Er nimmt den Balken und legt ihn auf seine Schulter. Dann trägt er das Kreuz langsam den Hügel hinauf. Als sie oben angekommen sind, sehen sie sich in die Augen. Simon sieht in den Augen des Mannes unendliche Dankbarkeit. Ein paar Stunden später sagt Jesus von Nazareth am Kreuz. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Ein letztes Mal sieht er auf die wunderschönen Oleanderbüsche, die hier überall wachsen. Ein letztes Mal sieht er die Kuppeln von Jerusalem. Dann senkt er den Kopf. Und Jesus stirbt. Stille. Kein Jubel. Kein Geschrei. Die Sonne verdunkelt sich. Und jedem wird klar, hier ist gerade etwas unglaublich Großes geschehen. In diesem Moment spürt Simon von Kyrene eine so große Dankbarkeit, dass ausgerechnet er diesen Menschen aus seinem letzten Weg helfen durfte. Wer zu mir gehören möchte, der darf nicht an seinem Leben hängen, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das sagte Jesus vor seinem Tod. Immer wieder gibt es in unserem Leben diese Momente, in denen wir gebraucht werden, in denen wir eine Entscheidung treffen müssen. Wie zum Beispiel, bleibe ich an meiner Karriere dran oder bin ich mehr für meine Familie da? Manchmal kommt uns das, was wir tun und was wir entscheiden müssen, auch gar nicht groß vor. Aber anderen Menschen bedeutet es in diesem entscheidenden Moment alles. Manchmal ist es nur eine freundliche Geste, etwas zu essen, ein wenig Zeit nehmen, einfach mal zuhören. Oder einen Holzbalken auf einen Hügel rauftragen. Diese Momente, die kommen und die gehen vorbei. Und meistens kommen sie dann nicht wieder. Jesus sagt, wer zu mir gehören möchte, der darf nicht an seinem Leben hängen. Dieses Leben, an dem wir hängen, das sind unsere Gewohnheiten, unsere Meinungen, das, was wir eben so tun. Und genau an diesem Punkt dürfen wir nicht stehen bleiben. Denn sobald wir uns sagen, so ist mein Leben gut, es soll sich nichts mehr ändern. Sobald wir das sagen, beginnen wir, unsere Gewohnheiten, unsere Meinungen, das, was wir eben so tun, zu verteidigen. Und alles, was daran etwas ändern könnte, abzuwehren. Aber genau hier werden wir in den entscheidenden Momenten herausgefordert. Und dann heißt es, soll alles so bleiben, wie es ist? Oder bin ich bereit, dass sich was ändert? Bin ich bereit, zu helfen? Wer zu mir gehören möchte, der darf nicht an seinem Leben hängen. Der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das sind diese Momente. Diese Momente, an denen wir dran sind. Den Querbalken des Kreuzes auf Golgatha zu tragen. Nach der Aussegnung bedankt sich die Tochter der alten Müllerin. Sie waren für meine Mutter so wichtig, sagt sie. Ich schäme mich fast ein wenig. Und ich denke mir, eigentlich habe ich doch gar nicht viel gemacht. Und wenn ich ganz ehrlich bin, war ich der alten Müllerin sehr dankbar, dass ich diese Aufgabe übernehmen durfte. Amen. Amen. Vielen Dank.